Los, 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 los. Hoch mit dir. Auf all den vier. Obwohl, vielleicht gibt es da noch was. Ja. Hab dich mal nicht so... Nochmal, also... Alle 5 Meter Kontrollpunkte erreicht. Oha. Ah, cool. Sehr schön. Oh, geil, geil, geil. Wie viel haben wir? Was sind denn hier die Blend... Oh, 10 Blendgranaten. Das ist doch mal schick. Ich fühle mich schon fast ein bisschen sicher. Ja. Muss ich ehrlich mal sagen. Ah, hier können wir auch hoch. Das gefällt mir. Hop, 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 hop. Ja, ach. Huch. Was ist denn jetzt los? Ja, super. Ha, ha, ha. Fett mich mal. Äh, 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 das schaffst du, das schaffst du. Glaub an dich, glaub an dich und alles an, alles. Also. Man hat ja wirklich Angst, dass... Oh, Quats. Ernsthaft? Ernsthaft, wieso habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Bitte frag... Oh, vergiss das. Oh, Beier. Oh, ich will das Let's Playblues in die Länge ziehen, wisst ihr? Oh, Beier. Na, dann das gleiche gleich nochmal. Hop, 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 hop. Nehmen wir alles mit. Boah, das war jetzt echt blöd. Das war richtig dumm von mir. Kann man sich fast in den Kopf schießen. Rauf mit dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, Ellen, bist du bereit nochmal? Achso, jetzt kommen erstmal die Raben. Dieses Schreien von den Raben, das klingt schon ein bisschen menschlich. Das ist ein bisschen unheimlich. Na komm, Ellen. Was es ja jetzt geschafft. Sehr schön. Und jetzt mit einem athletischen Sprung wird Ellen es schaffen, da rüber zu springen. Seid ihr bereit? Und... Zeitlupe! Yeah! Oh yeah! Kommen die wieder? Die alles sterben. Nein, das war's. Thermosflasche! Geil. Sehr, sehr geil. Okay, hier muss jetzt irgendwas passieren. Ha! Das war's. Ich wollte mich mal lieber nicht wundern, sondern darüber froh sein. Boah! Die trägst du... Aua! Gut wohl. Geht mal nach Hause. Das ist wieder viel zu scheiße hier. Zu dunkel, alles zu kalt. Das möge mir nicht gefallen. Das war's. Mein Mann. Uiuiuiui. Auwa! wow what the fuck scheiße wie wirft man nochmal blindgranaten scheiße oh kacke oh ne ne leute dann beeilen wir uns jetzt mal ein bisschen das könnt ihr doch nicht von mir verlangen ok was muss ich bereit halten die pump gun ich glaube ich bin der einzige der hier so oft stirbt na das kommt davon wenn man so eine lange pause macht und ewig nicht mehr gespielt hat das ist nun mal so ich würde gerne wissen wie man nochmal die granaten macht war das mit mitteltaste mit der mittleren maustaste stimmt aber mir kommt es so vor als hätte ich sie gedrückt ist ja auch egal hey raben was von überraschung wollte ich nicht spielen nein nein ok wow eine gondel das ist ja echt überraschend und ellis ist so stark das glaubt man ja gar nicht ich werde etwas weniger angucken weil so gut ist yeah hm da sind sogar vielleicht gestorben das ist ja okay was das ja toll und eine batterie verschwendet der muss flasche sag mal wie sprintet der denn irgendwas im arsch oder was das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja was du nicht du 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 Da ist man mal ein bisschen vorbereitet und dann fliegen die schon einen richtig auf uns zu, ey. Das ist so ein Kotze, ey. Ah, siehste, so geht das. Ich glaube, ich habe den Dreh langsam wieder raus und das freut mich. Oh, da ist Licht. Das gefällt mir. Kontrollpunkt erreicht. Was ist das denn für eine Lampe? Schauen wir mal. Was ist das? Das ist nur Dosenfutter. Scheiße. Na gut. Ey, sag mal. Wenn man mal einen Kontrollpunkt erreicht, dann gleich zwei Sekunden ist der nächste und wenn man mal stirbt, muss man gleich wieder so weit von vorne spielen. Das gefällt mir nicht. Nein, gar nicht. Oh, da liegt doch was. Achso, beides Revolver-Munition. Das können wir jetzt leider nicht gebrauchen. Und trotzdem bleiben wir jetzt bei der Pumpgun. Ey, der See, der muss doch jetzt mal bald da sein, Leute. Wirklich. Die arme Alice. Und hier geht's gleich wieder los. Ich merke's doch. Ich merke's doch. Ich weine doch gleich. Aber die Atmosphäre, die Atmosphäre, die Atmosphäre, die Atmosphäre, die haut schon rein. Vielleicht liegt es jetzt da an, als ich ewig nicht mehr gespielt habe. Aber ich hab wieder ein bisschen Angst, ne? Entschuldigung wegen der kleinen Unterbrechung. Ich wurde gerade angerufen. Das war ein bisschen wichtig und... Verlaufen. Oh mein Gott. Da hab ich ja genau richtig Pause gemacht. Was war... Ein Babo. Ein Babo. Ein Babo. Ein Babo. Ein Babo. Ein Böser Babo. Verschwinde. Oh Gott. Noch einer? Noch einer? Was ist das hier? Sieht mir nach Poltergeist aus. Ne? Muss ich denn sagen? Ey, dieser Scheißwald. Wirklich. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Oh mein Gott. 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 Ja, oh mein Gott. Oh. Tju. Mach mal schnell das Licht an. Alan, bitte. Ohohohohoho. Ist das geil. Oh Gott. Okay, die Musik hat sich aber noch nicht beruhigt. Okay, die Musik hat sich aber noch nicht beruhigt. Das heißt, dass es hier gleich nochmal vielleicht zur Sache gehen wird. Aber zur Not weiß ich ja, wo Licht ist. So, wo lang denn? Hier nicht? Also hier lang. Okay. Oh mein Gott, wie kommt das denn her? Der Himmel fällt uns auf den Kopf. Boah. Gott verdammte sch... Gott ey, Gott bewahre. Wie kann man bloß so... Ich ärgere ein bisschen mich über mich selbst, ja. Nicht wundern. Dramatische Musik, dramatischer Aufbau. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück. Schnell zum Licht. Schnell zum Licht. Ja du kannst dich nicht verstecken. Boah. Schnell schnell schnell. Schnell schnell. Boah. Fuck ey. Viele sind gestorben? Ein großer ist gestorben und ein schneller glaube ich. Aber das war es noch nicht. Das kann es nicht gewesen sein. Ah ne das war es noch nicht. Gleich war es noch. Oh Gott. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh Mann ey. Was regnet denn hier? Ist ja schlimmer als Hagel. Scheiße. Scheiße. Einen kurzen Moment. Ich werde angerufen. Mal wieder. So da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Boah. Meine Fresse. Das ist. Schlimmer geht es nicht. Mich anzurufen jetzt. Gerade jetzt. Ist es wirklich nicht cool. Oh. Oh. So. Ich weiß immer noch nicht wo ich lang muss. Ich weiß immer noch nicht wo ich lang muss. Es sieht alles gleich aus. Scheiße. Ach hier. Okay. Reise noch mal herr herr. Ich weiß nicht mit deinen Mann gerne mal in die Ouija. Sich mit dir. Und, Entschuldigung, ich werde schon wieder angerufen. Meine Fresse, ey, das ist doch wirklich zum Mäuse melken. Boah, und herzlich willkommen zurück zu Ellenwake. Hoffentlich geht's jetzt weiter ohne irgendwelchen Problemen hier. So. So. Boah, man, ist auch dann kurz, wenn's wieder losgeht, ist man nicht irgendwie bei der Sache. Ich glaube, ich muss das Handy mal ausschalten. So. Eins. Zwei. Drei. Sehr schön. Okay, dann werde ich jetzt erstmal eine kurze Aufnahmepause machen, falls mich wieder einer anruft. Und wir sehen uns beim nächsten Mal weiter, wenn es heucht, Ellenwake. Bis dann. Ciao. So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Ellenwake. Ne? Und es geht gleich weiter. Diesmal mit keiner so langen Pauseverzögerung von mir. Und deswegen hoffe ich doch, dass ich einigermaßen wieder gut spielen kann. Ja, das wird doch. Und an was mich Ellenwake ein bisschen erinnert, ist Walking Dead, ne? Das sieht so ein bisschen grad hier so aus, fällt mir grad ein. So, alles kaputt, alles dunkel, alles düster. Eins. Oh. Oh. Miep. Wo muss ich denn lang? Wie geht's doch nirgends wo lang? Miep. Muss ich hier hoch? Das ist aber nicht cool. Boah. Boah, oh Gott. Ach du Scheiße. Na, sehr schön. Diese verdammten Poltergeister, die gehen auch langsam auf den Sack. Gehen mir sowas von auf den Sack, ey. Dummer Sack. Okay, aber hier scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Außer, dass es hier irgendwelche Sachen regnet. Was war das? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Gott. Dieser verdammte Geist will nicht, dass wir nach oben kommen. Was, 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 was ist das? Was ist das, was will mich hier töten? Was will mich hier töten? Ach, hier kommt doch wer. Alter, was. Okay, langsam ist es ein bisschen crank, Alter. Die Geschichte nimmt Überhand. Boah, Wahnsinn. Wie geil. Das ist ja mal awesome, Alter. Ob das vielleicht Gegenstände aus einer anderen Geschichte von ihm sind? So das Boot zum Beispiel. Cool wäre das auf jeden Fall. Oh, dann da ist ja wieder Licht. Kontrollpunkte erreicht. Hehe, geil. Okay. Boah, jetzt müssten wir aber bald mal da sein. Hallo? Ah, hier ist wieder Farbe. Super. So. 16 Blendgranaten. 16 Schrotflinten-Muditionen. Was haben wir noch? 42, äh, Revolver-Muditionen. Patronen. Und 8 von den netten Dingern hier. Und 20 Leuchtfackeln. Das ist sehr gut. Das möge mir gefallen. Dann nehme ich erstmal die Leuchtfackeln. Davon haben wir so viele. Und, äh, nein. Das und das. Danke. So. The Darkness. Äh, was steht da? Kontrolls. Oh, das ist so hell. Äh. The Taken. Ja, ist klar, dass wir das kontrollieren. Das Geschehen. Aber wo muss ich lang? Nein, 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 nein. Blöder Trottel. Vielleicht hier lang? Und es ist einfach, wenn man immer oft genug gespielt hat und keine allzu großen Pausen macht, so wie ich. Dann ist es eigentlich nicht mehr gruselig. Dann geht es eigentlich wieder. Ah, wir müssen hier lang. Okay. Da ist Strom. Das könnte uns vielleicht helfen. Äh.